Grinau. Da kommen wir rein. 3. Oktober 2012. Da ist Grinau. Hier wird vor Kindern gewarnt, aber in richtiger Auszeichnung. Bunte Farben. Haben Sie hier auch ein Schild gemalt. Allerdings schwarze Kinder. Das andere Schild war besser. Und hier ist Grinau. Jetzt sind wir. Jetzt machen wir wieder Lauftag. Das wäre langsam wunderbar. Heute ist Feiertag. Der Tag der Deutschen. Hier ein kleiner Raum. Hauptsache sind die Kinder. Hallo. Ja, gut gehalten. Das ist richtig. Ja, gut gefeiert. Vorher feiert sich auch in Grinau. Das war richtig gut gefeiert. Ja, jetzt ist die Meidenhaus mit der Müllzeit. Hier ist nicht zeitig. guitars und andere Mal. Danke sehr. Alles klar, wir haben ein bisschen geflaggt und sonst alles im Ordnerraum. Und Tschüss.